Schlecht geträumt? Sonst auch. Du kannst ihn da aber nicht rausholen. Ein Mann, verfolgt von einer fehlgeschlagenen Mission. Weg hier! Los! 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 Komm schon! Ist bereit, noch einmal durch die Hölle zu gehen. Als wäre Salvatore wieder im Drogengeschäft. Das Dorf ist verlassen. Die meisten Einheimischen sind in die Berge gefahren. Die Luftfahrtschäfte des Landes schmuggeln für ihn große Mengen Kokain. Er ist der größte Drogenbaron in Mittelamerika seit 1980. Um seinen Freund zu retten, muss er seinen größten Feind bezwingen. Mit dem F-117 Stealthfighter ist er diesmal besser ausgerüstet und verfügt damit über die gewaltigste Waffe des neuen Jahrtausends. Verdammt! Das habe ich nicht erwartet! Reden Sie die Mission! Und zwar dringend! Doch sein Albtraum scheint sich zu wiederholen. Bringen Sie sie um. Denken Sie wirklich jemand würde dieses Ding für einen Ausflug klauen? Keine Sorge. Sie kriegen Ihr neues Spielzeug. Ich mach dich kalt, Riff. Der Stealthfighter ist gestartet. Schießt ihn ab! Ich wiederhole! Schießt ihn ab! Schießt ihn ab! Schießt ihn ab! Schießt ihn ab!